Bis heute haben wir zusammen 63'472 Unterschriften für die 1 zu 12 Initiativen gesammelt. Das ist ein super Zwischenresultat. Danke vielmals für deinen Einsatz. Unser gemeinsames Engagement für eine gerechte Schweiz und gerechte Löhne sind wichtiger denn je. Trotz der Finanzkrise geht die Abzockerei munter weiter. Unser Weg ist noch ein langer. Wir brauchen nochmal 60'000 Unterschriften bis Ende Oktober, um die Initiativen fertig sammeln zu können. Darum sammeln wir am 12. Juni am Nationalen Sammeltag 8'000 Unterschriften in einem Tag und wir sind natürlich auch allen Openairs präsent. Um uns zu unterstützen, kannst du dich auf www.1zu12.ca eintragen. Es würde mich freuen, dich an einer dieser Aktionen zu treffen. Danke für deinen Einsatz. Gemeinsam kämpfen wir für die gerechte Löhne in diesem Land.